Sie sind Wissenschaftlerin? Es müsste mehr von Ihnen geben. Ihre Arbeit ist wichtig für uns alle, weil es in der Vielfalt der wissenschaftlichen Disziplinen auch um überlebenswichtige und daher für die Gesellschaft bedeutende Themen gibt. Umwelt, Gesundheit, Technik, Energie. Sie haben genau den Sachverstand, der in den öffentlichen Debatten nötig wäre. Denn Sie könnten den Menschen da draußen die komplexe Wirklichkeit erklären. Wenn Sie neben Ihrer Forschung nur Zeit dafür fänden? Bei all Ihrem Know-how, da wünschen Sie sich doch Anerkennung seitens der Kollegen, ein breites öffentliches Interesse, den einen oder anderen Preis für Ihre Verdienste. Aber die Realität sieht anders aus, oder? Und es regt Sie natürlich auf, dass die Themen, die täglich die Medien und die Politik beherrschen, wissenschaftliche Tatsachen falsch darstellen oder sogar ignorieren. Doch wer weiß schon, wo Ihre Kompetenz und Ihr Sachverstand gehört werden sollte? Sie gehen unter in einem medialen Überangebot von selbsternannten Experten aus dem Hut gezauberten Studien und Lobbyisten, die die öffentliche Meinung beherrschen. Aber wir können Ihnen helfen. Wir vom Science Media Center sind darauf spezialisiert, die Themen der täglichen Agenda zu scannen. Unsere Wissenschaftsredakteure im SMC wissen, was hinter den Schlagzeilen steckt, wann Wissenschaft Schlagzeilen machen wird und wo wissenschaftliche Expertise fehlt. Haben wir erst einmal ein Thema redaktionell auf dem Schirm, muss es schnell gehen, das passende Fachwissen einzuholen. Die Suche nach Experten, die den entscheidenden Unterschied in der öffentlichen Debatte machen können, ist unsere Expertise im SMC. Wir finden Sie. Wir versuchen dafür zu sorgen, dass Sie gehört werden, dass Ihre Fachkenntnis ein Thema ins rechte Licht rückt. Die Einschätzungen von Ihnen und Ihren Kollegen stellen wir eins zu eins den bei uns akkreditierten Journalisten zur Verfügung. Exklusiv. Mehr noch. Gemeinsam mit den Journalisten heben wir Themen auf die öffentliche Agenda und stoßen Diskussionen in Politik und Gesellschaft an. So bringen wir im Science Media Center Wissenschaft und Journalismus zusammen und können dadurch die Öffentlichkeit zeitnah, umfassend und fundiert informieren über das, was wirklich wichtig ist. Ihr Expertenwissen ist der dringend nötige Rohstoff für demokratische Entscheidungen. Wir als SMC machen diesen wertvollen Rohstoff so vielen wie möglich öffentlich zugänglich. Wir sind nicht klüger als all die anderen, aber wir sind spezialisiert darauf, die wissenschaftliche Landschaft so zu durchforsten, dass wir relevante Themen auf den Schirm bringen können. Profitieren Sie von unserer Arbeit. So wie andere, die uns schon vertrauen. Werden Sie Teil des Experten-Teams im SMC. Science Media Center. Wir lieben Aufklärung.